Nach der LEGO Technik 4213 Bell Boeing V22 Osprey gibt es nun das nächste LEGO Technik Set mit einem Getriebeproblem und zwar hier den neuen 42129 Mercedes-Benz Cetros. Ich habe allerdings einen Umbau gefunden, wie man hier diese Sollbruchstelle vermeiden kann und wie genau das funktioniert, was man da umbaut, das zeige ich euch hier im Detail im Video. Und damit auch Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brickabreck und zuerst mal kurz ein grober Umriss vom Problem, worum geht es. Racing Brick hat das auch ausführlich getestet, vielleicht habt ihr sein Video schon gesehen, wenn nicht, verlinke ich es euch hier oben mal in der Infobox und zwar geht es darum. Bei ihm ist es schon so, dass wenn er das Modell hier gegen ein Hindernis, zum Beispiel meine Faust oder hier wäre eine Wand, wenn er das dagegen fahren lässt, während es eine Differenzialsperre drin hat, dann beginnt es hinten wirklich fürchterlich zu knacksen und zu knattern. Der Grund ist der folgende, dass sich hinten ein Liftarm weg bewegt, der hat nicht genug Sicherheit, also der wird nicht genug gesichert, sondern nur durch einen roten Achspin mit Friction und sobald dieser Widerstandspunkt einmal überwunden ist, bewegt sich dann auch das schwarze Zahnrad vom Differenzial weg. Genau über dieses schwarze Zahnrad wird allerdings die Kraft vom Motor eben auf das Differenzial übertragen. Das bedeutet, es kommt zur Kraftübertragungsunterbrechung und damit beginnt das Ganze dann auch zu knattern, weil sich die Teile auseinander schieben. Und jetzt habe ich mir was überlegt, wodurch man genau das dann vermeiden kann und das schauen wir uns jetzt hier im Detail mal ein bisschen genauer an. So, ich habe den Trial Truck jetzt mal auf den Rücken gedreht, hier rum geht es, das hier ist die Hinterachse, genau genommen geht es jetzt um diesen Liftarm. Der ist hier auch nochmal verbaut und da habe ich jetzt eben was umgebaut. Kurz zur Erklärung, da ist das Differenzial hier drunter, das ist das rote Element hier, was ihr schon seht, das gehört dazu und hier im Mittelteil ist dann auch die Differenzialsperre untergebracht. Ich hebe euch das mal ganz kurz an, dann könnt ihr hier auch mal einen Blick reinwerfen. Die Kraft von den zwei L-Motoren, die hier verbaut sind, die geht jetzt hier durch eine Kardanwelle zuerst hier hinter und dann daher auf das Zahnrad eben. Hier gibt es noch eine zweite Kardanwelle, das geht dann hier entlang eben aufs Differenzial, auf die Schaltung, aber uns interessiert jetzt die Kardanwelle respektive dieser Zahnradverlauf, der dann die Kraft vom Motor, vom Antriebsmotor direkt auf das Differenzial bringt. Und das ist nun mal jetzt hier über diesen Strang und wenn jetzt hier die Kraft zu groß wird, wenn ich jetzt wirklich Gas gebe und ich halte beide Reifen während die Differenzialsperre aktiv ist, dann beginnt hier sich dieser schwarze 5er Liftarm vom Rest zu lösen. Das heißt, den drückt es quasi nach vorne raus über den Pin drüber und sobald es einmal überwunden ist, also dann geht es auch immer relativ schnell wieder raus. Dann hat der Pin quasi auch so ein bisschen seine Friction verloren und was ich jetzt also gemacht habe, ist diesen Liftarm einmal ausgetauscht. Dazu nimmt man hier vorne diesen Bereich hier ab, das geht ganz schnell, nimmt auf der Seite jeweils 4 von diesen braunen Dreierachsen mit Stoppern ab, damit kann man das Ganze hier so rausnehmen und dann nehme ich einfach statt diesem 5er Liftarm mit allen Löchern nur auf einer Seite nehme ich jetzt hier einen 5er Liftarm von Kada. Und zwar ist das solcher wie die, die man hier schon sieht und zwar mit abwechselnden Löchern, also mit abwechselnden Pin-Aufnahmen. Ja, das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass dieser Fix nicht für Puristen geeignet ist, aber ich finde es ist die bequemste, die schnellste und die beste Lösung, um sich zu ersparen, dass hier dieser Liftarm vom Pin runterrutscht und damit die zwei Zahnräder den Kontakt verlieren und es im Endeffekt dann nur zu einem grausigen Knattern kommt. Also man tauscht jetzt hier einen normalen 5er Liftarm aus und zwar durch einen 5er Liftarm mit Löchern auf beiden Seiten immer abwechselnd. Dann nimmt man sich genau so eine Achse hier mit Stopper. Moment, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Also die hat so einen Stopper drauf, das ist diese 8-noppenlange Achse. Die steckt man jetzt hier in dieser Gegend, da steckt man die, ich drehe es mal kurz so, da steckt man die dann rein und zwar direkt hier in diesem schwarzen Liftarm einmal quer durch. Dann hat man hier zwischendurch noch Achsstopper, damit das Ganze auch zusammenhält und zum Schluss hier gibt es dann eine Verbindung in den Innenraum. Und zwar ist das eine solche, ich kann euch das mal zeigen, das wird dann quasi so durchgesteckt. Also das ist so ein Element, so ein Teil, das ist dann hinten mit dem Korpus, mit der Hinterachse verbunden, damit rutscht das auch nicht vor und die Achse wird hier quasi gehalten. Dadurch, dass die jetzt hier auf dieser Seite gehalten wird und hier in der Mitte nochmal durch das, bewegt sich dieser Liftarm auch nicht mehr vor. Die Kraft kann dementsprechend nie irgendwie unterbrochen werden und somit hält das Ganze auch. Ich finde, das ist wirklich ein guter Fix, geht relativ einfach und so könnt ihr den auch easy nachbauen. Ihr braucht auch nur eben eine solche Achse. Dann ein, zwei von diesen Elementen hier, eben die ich euch gerade gezeigt habe, kann man auch zwei nehmen. Es würde einer reichen, noch ein paar Achsstoppern und das war es im Grunde auch schon. Das war also hier mein Umbau zum neuen Mercedes Cetros. Der geht auch ganz schnell von der Hand, wie ihr ja gesehen habt. Also in ein, zwei Minuten ist das eigentlich erledigt. Leider halt nur nicht für Puristen geeignet, aber mal schauen, vielleicht bringt Lego ja dann bald im Cat Bulldozer oder in einem Set der Winterwelle so ein Teil auf den Markt, damit man da auch direkt dann an ein Lego-Teil rankommt, das diese Form hat. Vielleicht wird sich Lego da auch noch äußern zu der Sache hier mit dem Knacksen. Aber zumindest so, wenn er es so umbaut, sollte das fürs erste Mal vom Tisch sein. Fürs erste deshalb, wenn man wirklich, also noch weiter Gas gibt, vollen Stoff gibt und man hält wirklich alle Reifen fest, irgendwo im Getriebe beginnt es wieder zu knacksen, weil wieder irgendwo Teile auseinander driften. Zumindest versuchen sie es. Ob das jetzt hier oben beim Längsdifferential, also hier im Getriebe irgendwo ist, ob das über die Kardanwelle dann geht oder hier eher bei den oberen Zahnrädern dann der Fall ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist definitiv etwas, da müsst ihr also wirklich mit Gewalt alle Reifen festhalten und dann währenddessen noch voll Stoff geben und das macht keiner. Das ergibt dann auch keinen Sinn. Also so könnt ihr easy damit weiterhin draußen rumfahren oder sonst irgendwo durchs Kinderzimmer über Legoteile etc. fahren oder auch eine Rampe hoch. Das sollte es dann kein Problem mehr sein. Das sollte nichts mehr knacksen. Also da müsst ihr schon das Ding wirklich extrem an die Grenzen bringen, was dann auch motorschädlich sein kann, wenn man da hier das nochmal schafft, dass es jetzt auch noch zum Knacksen beginnt. Das jedenfalls war mal mein Umbau. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch sowas vielleicht wünschen würdet, dass Lego noch so ein kleines extra Polypack vielleicht herausbringt, genau mit den Umbauteilen. Das wäre, finde ich, eine ganz coole Sache. Natürlich, das möchte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe jetzt hier nur einen der beiden Liftarme ausgetauscht. Man kann natürlich, um die Stabilität nochmal zu erhöhen, das Ganze auch auf der anderen Seite machen und dann in der Mitte einen Achskonnektor reinstecken und dann sollte das auch verbunden sein von beiden Seiten. Soviel mal hier zu diesem Video. Ich denke, ich mache auch zum Cetros noch ein paar weitere Videos, gerade was den Offroad-Einsatz und die Steigungstests angeht. Ich möchte aber auch schauen, ob ich vorne bei der Tür und bei der Motorhaube nicht noch ein bisschen was gelöst bekomme. Das schauen wir uns noch an. Für heute jedenfalls verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin ist recht. Tschüss und Servus, euer Luca von Brickabreck. Macht's gut, ciao.